Ja, also Leute, ich war bei uns auch noch mal von Wuterschönen. Guck, halt mal. Ey, ey, die Fahrer sind gern. Okay. So, hier ist ein Kameras. Hey, die Fahrer sind jetzt geändert, oder? Das war das schönste Aufzug. Tschüss im Groen. 2013, das ist der schönste Aufzug Münchens. Schöne Farben. Die habe ich euch mal schon gezeigt. Ihr wisst es ja, die Oma hat ja nicht gesehen. Schöne Farben, oder? Das ist der schönste Aufzug Münchens. Das sind hier Kameras. Muss aufpassen. Ich darf hier kein Nählchen lernen. Schau mal hier. Das ist die Kameras. Deswegen darf ich es nicht machen. Äääh. Ich will es ja schön. Hier sind die Kameras. Muss aufpassen. Ich hoffe nur gut, was zu testen. Ich habe es nicht angestellt. Bitte passt nicht. Es ist immer noch der schönste Aufzug. Aber jetzt machst du nicht richtig. Ah. Dann muss ich jetzt fast drauf sitzen. Ich habe nicht gesehen. Aber jetzt brauchen wir die neuen Stimmen. Äääh, Achtung, Wiederbeklager. Es ist ja aufpassen. Ich dachte, das wäre irgendwas an. Das ist der aller schönste Aufzug. Der hat sie erst schon rum raucht. Ääh, keine. Ein eigenes Arm aus. Die Autos ist das schönste für mich, ich finde es auch sehr schön hier, echt schöne Farben, grün, blau, ich würde davor noch mal rote oder sowas. Die Autos befindet sich neben der Wohnstraße, die Adresse, ich bin nicht falsch, ich muss mal schauen, ich muss wirklich die Adresse hinschreiben, ich bin auch lange hier auf Arbeit, da ist die Tür zu, von mir aus habe ich die Kindheit, schönste Autos, wunderbar. Hier kann ich ja keine Schachtfahrt machen, ich habe drei Kameras, ich habe diese Kameras für diese Seite und diese Kameras für diese Seite, glaube ich, und das Beile, wir beide hier, also ich sage dir, diese Kamera geht nach da und diese Kamera geht auch hier nach unten, und der andere geht nach da zur Tür, kommt hier auch zur Tür, glaube ich, ich habe hier eine Kugel, wo man überall gucken kann und da auch. Wenn ihr auch den Schlüssel hat, ich hoffe, dass die Kamera kein Mikrofon hat, darf ich bitte. Wenn ihr auch hier, wenn ihr einen Schlüssel dabei habt, bitte hier kein Licks, kein Prozess machen, weil ich hier kann, das schließt hier, oder? Ja, sonst kommt hier auch Ärger, das ist mir nicht alles selber schuld, wenn ihr es trotzdem macht, dann. Ja, dann vielen Dank für Sie schauen und dann Tschüss im Grupp, tschau Leute, bleibt gesund, ihr Elitikam. Ich möchte mich, wenn wir den Keinen anhören. Ich kann mich hier noch öffnen an diese Keinen hier, und zwar diese Tschüss im Gruppaufzug. Ich möchte euch mal größer machen, damit ihr es hören könnt. Es wird ein Keim. Es wird ein Keim, es wird einfach so aufgehoben, glaube ich. Ich weiß nicht, es wird nur mehr an. Wir suchen mal den Keim, so. Es ist Gehirn, ich kann ein Freund aussiefern. Ja, ein Herz ist Gehirn. Danke, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, und bleibt gesund, das schönste Aufzug Münchens. Ich freue mich sehr aufpassen. Ciao Leute, werfen Sie auf Kamera. Hier, Erwiderwand. Bis zum nächsten Mal.